Audio Atlas, der Podcast der Atlas-Initiative Was man sieht und was man nicht sieht Frederik Bastiat, 21. März 1847 In der ökonomischen Sphäre erzeugt eine Handlung, eine Gewohnheit, eine Institution, ein Gesetz nicht nur eine Wirkung, sondern eine Reihe von Wirkungen. Von diesen Wirkungen ist die erste allein unmittelbar. Sie erscheint gleichzeitig mit ihrer Ursache. Sie wird gesehen. Die anderen Wirkungen treten erst nachträglich auf. Sie werden nicht gesehen. Wir haben Glück, wenn wir sie voraussehen. Es gibt nur einen Unterschied zwischen einem schlechten und einem guten Ökonomen. Der schlechte Ökonom beschränkt sich auf die sichtbare Wirkung. Der gute Ökonom berücksichtigt sowohl die Wirkung, die gesehen werden kann, als auch die, die vorausgesehen werden muss. Doch dieser Unterschied ist gewaltig. Denn es kommt fast immer vor, dass, wenn die unmittelbare Folge günstig ist, die späteren Folgen katastrophal sind und umgekehrt. Daraus folgt, dass der schlechte Ökonom ein kleines, gegenwärtiges Gut anstrebt, dem ein großes, zukünftiges Übel folgt, während der gute Ökonom ein großes, zukünftiges Gut anstrebt, auf die Gefahr hin, dass ein kleines, gegenwärtiges Übel entsteht. Das zerbrochene Fenster Waren Sie jemals Zeugen des Zorns des soliden Bürgers James Goodfellow, wenn sein unverbesserlicher Sohn eine Glasscheibe zerbrochen hat? Wenn Sie diesem Spektakel beigewohnt haben, haben Sie sicher auch beobachtet, dass die Zuschauer, selbst wenn es 30 sind, dem unglücklichen Besitzer einmütig den gleichen Trost zu spenden scheinen. Es ist ein schlechter Wind, den niemand etwas Gutes bläst. Solche Unfälle halten die Industrie am Laufen. Jeder muss seinen Lebensunterhalt verdienen. Was würde aus den Glasern werden, wenn nie jemand ein Fenster einschlagen würde? Nun, diese Beileidsformel enthält eine ganze Theorie, die wir in diesem ganz einfachen Fall in flagranti entlarven sollten. Denn sie ist genau dieselbe, die leider den meisten unserer wirtschaftlichen Institutionen zugrunde liegt. Nehmen wir an, es kostet 6 Franc, den Schaden zu beheben. Wenn Sie meinen, dass der Unfall die besagte Industrie um 6 Franc fördert, stimme ich zu. Ich bestreite dies in keiner Weise. Ihre Argumentation ist richtig. Der Glaser wird kommen, seine Arbeit tun, 6 Franc erhalten, sich selbst beglückwünschen und in seinem Herzen das unvorsichtige Kind segnen. Das ist das, was man sieht. Wenn Sie aber daraus schließen, wie es nur zu oft geschieht, dass es gut ist, Fenster zu zerschlagen, dass es hilft, Geld zu zirkulieren, dass es dazu führt, die Industrie im Allgemeinen zu fördern, dann muss ich ausrufen, das wird niemals reichen. Ihre Theorie bleibt bei dem stehen, was man sieht. Sie berücksichtigt nicht, was nicht gesehen wird. Es wird nicht gesehen, dass unser Bürger, nachdem er 6 Franc für eine Sache ausgegeben hat, nicht in der Lage sein wird, sie für eine andere Sache auszugeben. Es wird nicht gesehen, dass er, wenn er keine Fensterscheibe zu ersetzen gehabt hätte, zum Beispiel seine abgenutzten Schuhe ersetzt oder seiner Bibliothek ein weiteres Buch hinzugefügt hätte. Kurzum, er hätte seine 6 Franc für irgendeinen Zweck verwendet, für den er sie jetzt nicht hat. Betrachten wir nun die Industrie im Allgemeinen. Da das Fenster zerbrochen ist, wird die Glasindustrie mit 6 Franc gefördert. Das sieht man. Wäre das Fenster nicht zerbrochen, so hätte die Schuhindustrie oder eine andere eine Förderung im Wert von 6 Franc erhalten. Das ist das, was nicht gesehen wird. Und wenn wir sowohl das, was nicht gesehen wird, weil es ein negativer Faktor ist, als auch das, was gesehen wird, weil es ein positiver Faktor ist, in Betracht ziehen, sollten wir verstehen, dass es keinen Nutzen für die Industrie im Allgemeinen oder für die nationale Beschäftigung als Ganzes gibt, ob die Fenster zerbrochen werden oder nicht. Lassen Sie uns nun James Goodfellow betrachten. Bei der ersten Hypothese, der des zerbrochenen Fensters, gibt er 6 Franc aus und hat weder mehr noch weniger Freude an einem Fenster. Bei der zweiten Hypothese, bei der der Unfall nicht passiert ist, hätte er 6 Franc für neue Schuhe ausgegeben und hätte die Freude an einem Paar Schuhe, so wie an einem Fenster, gehabt. Wenn nun James Goodfellow ein Teil der Gesellschaft ist, müssen wir daraus schließen, dass die Gesellschaft in Anbetracht ihrer Arbeit und ihres Genusses den Wert des zerbrochenen Fensters verloren hat. Daraus, durch Verallgemeinerung, kommen wir zu dieser unerwarteten Schlussfolgerung. Die Gesellschaft verliert den Wert von Objekten, die unnötigerweise zerstört werden. Zerbrechen, Zerstören, Zerstreuen ist nicht förderlich für die nationale Beschäftigung. Oder noch kürzer, Zerstörung ist nicht profitabel. Der Leser muss sich bemühen zu beachten, dass es nicht nur zwei, sondern drei Personen in dem kleinen Drama gibt, das ich dargestellt habe. Der eine, James Goodfellow, stellt den Konsumenten dar, der durch die Zerstörung auf ein statt auf zwei Genüsse reduziert wird. Der andere, in der Gestalt des Glasers, zeigt uns den Produzenten, dessen Industrie durch den Unfall gefördert wird. Die dritte Person ist der Schuhmacher oder jeder andere Hersteller, dessen Industrie durch dieselbe Ursache entsprechend entmutigt wird. Es ist diese dritte Person, die immer im Schatten steht und die als Personifizierung dessen, was nicht gesehen wird, ein wesentliches Element des Problems ist. Er ist es, der uns verstehen lässt, wie absurd es ist, in der Zerstörung einen Gewinn zu sehen. Theater und bildende Kunst Sollte der Staat die Künste subventionieren? Zu diesem Thema gibt es sicherlich viel zu sagen, pro und contra. Für das System der Subvention kann man sagen, dass die Künste die Seele des Volkes erweitern, erheben und poetisieren, dass sie es von materiellen Sorgen ablenkt, ihm ein Gefühl für das Schöne geben und so günstig auf seine Sitten, seine Gebräuche, seine Moral und sogar auf seine Industrie wirken. Man kann fragen, wo die Musik in Frankreich ohne das Theater und das Konservatorium wäre, die dramatische Kunst ohne das Theater-Français, die Malerei und die Bildhauerei ohne unsere Sammlung und unsere Museen. Man kann noch weitergehen und fragen, ob sich ohne die Zentralisierung und folglich die Subventionierung der schönen Künste jener erlesene Geschmack entwickelt hätte, der die edle Gabe der französischen Arbeit ist und ihre Produkte in die ganze Welt hinausschickt. Wäre es angesichts solcher Ergebnisse nicht der Gipfel der Unvorsichtigkeit, auf diese maßvolle Bewertung aller Bürger zu verzichten, die ihnen schließlich ihre Vorrangstellung und ihren Ruhm in den Augen Europas eingebracht hat? Diesen und vielen anderen Gründen, deren Kraft ich nicht bestreite, kann man vielen nicht weniger zwingende entgegensetzen. Es ist zunächst einmal, so könnte man sagen, eine Frage der Verteilungsgerechtigkeit. Gehen diese Rechte des Gesetzgebers so weit, dass er in den Lohn des Handwerkers eintauchen darf, um den Gewinn des Künstlers aufzustocken? M. de Lamartin sagte, wenn Sie die Subvention eines Theaters wegnehmen, so werden Sie auf diesem Weg stehen bleiben. Und werden Sie nicht logischerweise Ihre Universitätsfakultäten, Ihre Museen, Ihre Institute, Ihre Bibliotheken abschaffen müssen? Man könnte antworten, wenn Sie alles Gute und Nützliche subventionieren wollen, wo werden Sie auf diesem Weg Halt machen? Und werden Sie nicht logischerweise eine Zivilliste für Landwirtschaft, Industrie, Handel, Wohlfahrt und Bildung aufstellen müssen? Ist es außerdem sicher, dass Subventionen den Fortschritt der Künste begünstigen? Diese Frage ist noch lange nicht geklärt und wir sehen mit eigenen Augen, dass die Theater, die prosperieren, diejenigen sind, die von ihren eigenen Gewinnen leben. Wenn man schließlich zu höheren Erwägungen übergeht, so kann man feststellen, dass Bedürfnisse und Wünsche sich gegenseitig befruchten und in dem Maße, wie der nationale Reichtum ihre Befriedigung zulässt, in immer seltene Gefilde aufsteigen. Dass die Regierung sich in diesem Prozess nicht einmischen darf, da sie, wie groß auch immer der nationale Reichtum gegenwärtig sein mag, die Luxusindustrie nicht durch Besteuerung fördern kann, ohne die wesentlichen Industrien zu schädigen und so den natürlichen Fortschritt der Zivilisation umzukehren. Man kann auch darauf hinweisen, dass diese künstliche Verschiebung der Bedürfnisse, des Geschmacks, der Arbeit und der Bevölkerung die Nation in eine prekäre und gefährliche Lage bringt und sie ohne eine solide Basis zurücklässt. Das sind einige der Gründe, die von den Gegnern staatlicher Intervention für die Ordnung angeführt werden, in der die Bürger glauben, ihre Bedürfnisse und Wünsche befriedigen und damit ihre Tätigkeit lenken zu müssen. Ich bekenne, dass ich zu denen gehöre, die meinen, dass die Entscheidung, der Impuls, von unten und nicht von oben, von den Bürgern und nicht vom Gesetzgeber kommen sollte und die gegenteilige Lehre scheint mir zur Vernichtung der Freiheit und der Menschenwürde zu führen. Aber durch eine Schlussfolgerung, so falsch wie es ungerecht ist, wissen Sie, womit die Ökonomen jetzt beschuldigt werden? Wenn wir gegen Subventionen sind, werden wir beschuldigt, gerade das zu bekämpfen, was subventioniert werden soll und Feinde jeder Art von Aktivität zu sein, weil wir wollen, dass diese Aktivitäten freiwillig sind und ihren eigentlichen Lohn in sich selbst suchen. Wenn wir also fordern, dass der Staat sich nicht durch Besteuerung in religiöse Angelegenheiten einmischt, sind wir Atheisten. Wenn wir fordern, dass der Staat nicht durch Besteuerung in die Bildung eingreift, dann hassen wir die Aufklärung. Wenn wir sagen, dass der Staat nicht durch Besteuerung dem Land oder irgendeinen Industriezweig einen künstlichen Wert geben sollte, dann sind wir die Feinde des Eigentums und der Arbeit. Wenn wir meinen, der Staat dürfe Künstler nicht subventionieren, dann sind wir Barbaren, die die Künste für Unbrauch behalten. Ich protestiere mit aller Kraft gegen diese Schlüsse. Wir sind weit davon entfernt, den absurden Gedanken zu hegen, die Religion, die Erziehung, das Eigentum, die Arbeit und die Künste abzuschaffen, wenn wir den Staat bitten, die freie Entfaltung, all diese Arten menschlicher Tätigkeit zu schützen, ohne sie auf Kosten der anderen auf der Gehaltsliste zu halten. Sondern wir glauben im Gegenteil, dass alle diese lebenswichtigen Kräfte der Gesellschaft sich unter dem Einfluss der Freiheit harmonisch entwickeln sollen und keine von ihnen zu einer Quelle von Ärger, Missbrauch, Tyrannei und Unordnung werden sollte, wie wir sehen, dass dies heute geschehen ist. Unsere Gegner glauben, dass eine Tätigkeit, die weder subventioniert noch reguliert ist, abgeschafft ist. Wir glauben das Gegenteil. Ihr Glaube ist der an den Gesetzgeber, nicht an die Menschheit. Unser Glaube ist der an die Menschheit, nicht an den Gesetzgeber. So sagte M. de Lamartin, Auf der Grundlage dieses Prinzips müssen wir die öffentlichen Ausstellungen abschaffen, die diesem Land Reichtum und Ehre bringen. Ich antworte M. de Lamartin. Von Ihrem Standpunkt aus ist Nicht-Subventionieren gleich Abschaffen. Denn ausgehend von der Prämisse, dass nichts außer durch den Willen des Staates existiert, schließen Sie, dass nichts lebt, das nicht durch Steuern am Leben erhalten wird. Aber ich wende mich gegen das von Ihnen gewählte Beispiel und weise Sie darauf hin, dass die größte, die edelste aller Ausstellungen diejenige, die auf der liberalsten, der universellsten Auffassung beruht. Und ich kann sogar das Wort humanitär gebrauchen. Das hier nicht übertrieben ist, die Ausstellung ist, die jetzt in London vorbereitet wird. Die einzige, in die sich keine Regierung einmischt und die durch keine Steuer unterstützt wird. Um auf die schönen Künste zurückzukommen, kann man, ich wiederhole es, gewichtige Gründe für und gegen das System der Subventionen anführen. Der Leser versteht, dass ich in Übereinstimmung mit dem besonderen Zweck dieses Aufsatzes weder diese Gründe darzulegen, noch zwischen ihnen zu entscheiden brauche. Aber M. de Lamantin hat ein Argument vorgebracht, das sich nicht stillschweigend übergehen kann, weil es in die sehr sorgfältig definierten Grenzen dieser ökonomischen Studie fällt. Er hat gesagt, die ökonomische Frage in der Frage der Theater lässt sich in einem Wort zusammenfassen. Beschäftigung Auf die Art der Beschäftigung kommt es nicht an. Sie ist von einer Art, die ebenso produktiv und fruchtbar ist wie jede andere Art. Die Theater, wissen Sie, unterstützen durch Löhne nicht weniger als 80.000 Arbeiter aller Art. Maler, Maurer, Dekorateure, Kostümbildner, Architekten und so weiter, die das eigentliche Leben und die Industrie vieler Viertel dieses Kapitals sind. Und sie sollten diesen Anspruch auf ihre Sympathie haben. Ihr Mitgefühl übersetzt ihre Subventionen. Und weiter. Die Vergnügungen von Paris verschaffen den Departements der Provinz Arbeit und Konsumgüter. Und der Luxus der Reichen ist der Lohn und das Brot von 200.000 Arbeitern aller Art, die von der komplexen Industrie der Theater in der ganzen Republik leben. Und von diesen edlen Vergnügungen, die Frankreich berühmt machen, ihren eigenen Lebensunterhalt und die Mittel erhalten, ihre Familien und ihre Kinder mit dem Lebensnotwendigen zu versorgen. Sie sind es, denen ihr diese 60.000 Fr. gebt. Sehr gut, sehr gut, viel Beifall. Ich für meinen Teil bin gezwungen zu sagen, sehr schlecht, sehr schlecht. Wobei ich natürlich die Last dieses Urteils auf das wirtschaftliche Argument beschränke, mit dem wir uns hier befassen. Ja, die fraglichen 60.000 Fr. gehen wenigstens zum Teil an die Arbeiter in den Theatern. Ein paar Krümel könnten auf dem Weg dorthin durchaus verloren gehen. Wenn man die Sache genau betrachtet, könnte man sogar entdecken, dass der größte Teil des Kuchens seinen Weg anderswohin finden wird. Die Arbeiter können sich glücklich schätzen, wenn ein paar Krümel für sie übrig bleiben. Aber ich möchte annehmen, dass die gesamten Subventionen an die Maler, Dekorateure, Kostümverleiher, Friseure usw. gehen wird. Das ist das, was man sieht. Aber woher kommt das Geld? Das ist die andere Seite der Medaille, die genauso wichtig zu untersuchen ist wie das Gesicht der Medaille. Woher kommen diese 60.000 Fr.? Und wohin wären sie geflossen, wenn ein Gesetzesbeschluss sie nicht zuerst in die Rue de Revoli und von dort in die Rue Génerel geleitet hätte? Das ist es, was nicht gesehen wird. Gewiss, niemand wird es wagen zu behaupten, dass die Abstimmung der Legislative diese Summe aus der Wahl ohne hat schlüpfen lassen, dass sie ein reiner Zuwachs des nationalen Reichtums ist, dass ohne diese wundersame Abstimmung die 60.000 Fr. unsichtbar und ungreifbar geblieben wären. Man muss zugeben, dass alles, was die Mehrheit tun kann, darin besteht, zu entscheiden, dass sie von irgendwoher genommen werden, um woanders hin geschickt zu werden und dass sie ein Ziel nur haben, indem sie von einem anderen abgelenkt werden. Da dies der Fall ist, ist es klar, dass der Steuerzahler, der um einen Fr. besteuert werden wird, diesen Fr. nicht mehr zur Verfügung hat. Es ist klar, dass ihm eine Genugtuung in Höhe von einem Fr. entzogen wird und dass dem Arbeiter, wer immer er ist, der ihm diese Genugtuung verschafft hätte, einen Lohn in gleicher Höhe vorenthalten wird. Geben wir uns also nicht der kindlichen Illusion hin, zu glauben, dass die Abstimmung vom 16. Mai irgendwas zum nationalen Wohlstand und zur Beschäftigung beiträgt. Sie verlagert den Besitz, sie verlagert die Löhne. Und das ist alles. Man wird sagen, dass sie eine Art von Befriedigung und eine Art von Arbeit durch Befriedigung und Arbeit ersetzt, die dringender, moralischer, rationaler sind. Ich könnte den Kampf auf diesem Boden führen. Ich könnte sagen, indem man den Steuerzahlern 60.000 Fr. abnimmt, verringert man die Löhne der Pflüger, Grabenzieher, Zimmerleute und Schmiede und man erhöht um denselben Betrag die Löhne der Sänger, Friseure, Dekorateure und Kostümbildner. Nichts beweist, dass diese letzte Klasse wichtiger ist als die andere. M. de Lamartin stellt diese Behauptung nicht auf. Er sagt selbst, die Arbeiter der Theater seien ebenso produktiv, ebenso fruchtbar wie und nicht mehr als jede andere Arbeit, was man noch bestreiten könnte. Denn der beste Beweis, dass die Theaterarbeit nicht so produktiv ist wie andere Arbeit, ist, dass die letztere zur Subventionierung der Ersteren herangezogen wird. Aber dieser Vergleich des inneren Wertes und Verdienstes der verschiedenen Arten von Arbeit gehört nicht zu meinem jetzigen Thema. Alles, was ich hier zu tun habe, ist zu zeigen, dass, wenn man M. de Lamartin und diejenigen, die seinem Argument applaudiert haben, auf der einen Seite die Löhne gesehen haben, die von denen verdient wurden, die die Bedürfnisse der Schauspieler liefern, sollten Sie auf der anderen Seite die Einkünfte sehen, die von denen verloren gingen, die die Bedürfnisse der Steuerzahler liefern. Wenn Sie das nicht tun, sind Sie offen für Spott, weil Sie eine Umverteilung für einen Gewinn verwechseln. Wenn Sie in Ihren Doktrinen logisch wären, würden Sie unendliche Subventionen fördern, denn was für einen Franc und für 60.000 Franc gilt, gilt unter gleichen Umständen auch für eine Milliarde Franc. Wenn es sich um Steuern handelt, meine Herren, so beweisen Sie deren Nützlichkeit durch Gründe, die eine gewisse Grundlage haben, aber nicht durch diese klägliche Behauptung. Öffentliche Ausgaben halten die Arbeiterklasse am Leben. Sie machen den Fehler, eine Tatsache zu verschleiern, die man unbedingt wissen muss, nämlich, dass die öffentlichen Ausgaben immer ein Ersatz für die privaten Ausgaben sind und dass Sie folglich vielleicht einen Arbeiter anstelle eines anderen unterstützen, aber nichts zum Los der Arbeiterklasse insgesamt beitragen. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann teilen Sie diese Episode von Audio Atlas in den sozialen Netzwerken und hinterlassen Sie eine Bewertung auf Apple Podcasts. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie Audio Atlas überall dort, wo es Podcasts gibt. Bleiben Sie uns gewogen und werden Sie Mitglied der Atlas-Initiative unter www.atlas-initiative.de.